Wir sind von BMG live. Lütven, abonnieren! Lütven! Hier unten drückst du abonnieren. Push den Button! Lütven, abonnieren! Button, pushen! Mitten im Leben. Penis! Heute begleiten wir Kammerjäger im Bereich Ausländerbekämpfung. Und armselige BMG wie E30 Türken. Ich habe das Gefühl, dass heute ein sehr, sehr schöner Tag wird. Ha 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 ha. Oh mein Gott, eine bösartige Hure. Ja, hallo, ist da der Kammerjäger? Ja, ich bin hier Security von Rewe. Und ich habe hier eine Ausländerin entdeckt. Und ich weiß jetzt echt nicht, was ich mit ihr machen soll. Können Sie mir da weiterhelfen? Sie kommen gleich? Okay, das ist super. Okay, bis dann. Ciao. Ah, ihr seid die Kammerjäger. Sie sind Amerikaner, stimmt's? Ja, woher wussten Sie das? Ihr Gestank und der Blick der Unterdrückungsgeilheit verraten Sie. Oh, ich dachte, das fällt niemanden auf. Wo liegt das Problem? Ich habe hier eine Türkin an der Wand. Und die muss echt bald weg, bevor der Laden wieder anfängt. Also, bevor alles losgeht. Weil sonst gibt es hier echt Horror. Welche Art von Türkin? Was weiß ich, Mann. Schaue ich so aus, als ob ich das wissen würde. Nicht wirklich. Wir sollten uns die Sache mal genauer anschauen. Das ist eine Kauftuchtträgerin der Gattung Bauern-Türken. Bei denen ist Vorsicht geboten. Ja, einmalig aufgepasst schon erwürgen Sie dich mit Discounter-Prospekten. Ja, das klingt tragisch. Ist es auch. Wir werden nun folgendermaßen vorgehen. Ich werde einen Schuhkarton nehmen und in der Nähe der Türkin legen. Mit der Aufschrift, das nur 10 Euro kostet. Ja, und dann wird sie so sehr fasziniert davon sein, dass sie denkt, dass gerade Ausverkauf beim Deichmann ist. Aha, okay. Verstehe. Oh, shit. Tu doch was, sie geht mit Prospekten auf ihn los, Mann. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, was für eine Action. Das ist Verrat und Süchte. Sie sind BMW E30 Türken. Ihren Tagesablauf kann man schwer vorhersagen, weil sie kein Leben haben. Ey, ich schwöre Eidermann, Digga. Ich gehs gleich mit fit und mach einen auf Möchtegenbreit, Mann. Ja, ich schwöre Eidermann. E30 ist so geil, Digga. Ich geh gleich nach Hause und schau mir auf Xbox E30 Bilder und wichs mir ein, Mann. Ich schwöre, ich wichs mir ein, Mann. Weil ich kein Leben hab, Eidermann. Ja, Mann. Ich bin dumm und hab die Schule abgebrochen, Mann. Egal, Digga. Unsere Liebe zu E30 ist stark und spritzig, Mann. Ja, Mann. Ich gehöre zu den grauen Wölfen. Weiß ich mal, was es heißt, ein Boss gut zu sein. Ich bin einfach dabei, weil ich cool bin, Mann. Eider, Eider, Eider. Digga. Fotografier meinen Rücken. Fotografier meinen Rücken. Fotografier meinen Rücken. Ja, Mann. Jawoll. Ja. Pervers, Digga. Pervers, Eider. Like Facebook. Pervers, Eider. Eider. Er geht�in ا termięter Arsch, Digga. Ich weissanch y scenes again. Ja, hoja. Ey, mehr ist tot, Mann. Ich habe Überraschung vor euch. Ist im Kopfwaremaum. Ja, Mann. Böse. Oida. Tschüch. Uff. Och Euid? Wer ist das im Auto, Mann? Alter, das ist mein Cousin Cenkmann, der redet wenig. Boah, ein Kartoffel, Digga, wo hast du ihn her? Ja, Mann, ich krieg Ständer und meine Eichel wird Bordeaux. Hey, Jungs, Alter, wir sind alle Kümmeltürken. Wir haben nichts mit der Türkei zu tun. Ja, Mann, wir ziehen die Türkei voll in den Dreck, weil alle denken, alle Türken sind so behindert wie wir, weil wir kein Leben haben, Mann. Ja, Jungs, deswegen kriegen wir auch keine Mädchen ab in Deutschland, weil wir unsere Scheiße benehmen, deswegen müssen wir die Nazi in den Arsch ficken, ja? Amunakoy, antworte doch, Mann, woher hast du ihn? Das war so. Oberst Heinrich! Ja, Sir Kräger! Wir müssen uns ein paar Opfer suchen! Wir sollten in Polen einmarschieren! Riechst du auch diese Türken? Ja, die Türken kommen! Wir müssen sie eliminieren! Scheiß Türken! Was wollt ihr, Mann? Ihr Sposten! Ihr scheiß Türken! Wir werden euch vergasen! Die Juden haben wir vertrieben! Euch Drecks Türken werden die auch noch vertreiben! Mein Bruder ist gleich da, du Hurensohn! Der fickt dich dann in den Arsch mit Gleitcreme. Gleitgel. Hört sich gar nicht so schlecht an, Kamerad! Arschfick! Drück das Volk! Ey, Alter! Du hast das richtig gemacht, oder? Du hast das richtig gemacht, oder? Wie ist das Spiel geworden? Gib nicht, Alter! Du Hörnsinn! Stierbar, Alter! Boah, ey! Warte, Mann! Baut viel rein! Du Scheiß-Nazi! Du Scheiß-Nazi! Du Scheiß-Nazi! Los! Hey, was ist da los? Hey, Jungs, Alter! E39 Power, hört mal auf, mein Auto zu ficken, Mann! Ja, Digga, Mann! Voll, 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 Alter! Ich höre interessante Geschichte, Mann! Ja, Mann, Digga, wir sind zu cool und breit, Mann! Ja, Mann! Hey! Boah, Digga, boah, boah, kein Problem! Boah, Digga, Mann, Digga! Boah, Digga, Mann, Digga! Gleich Facebook, Alter! Boah, Digga! Boah, Digga, Fotografier meine Warte! Boah, Digga, Digga, Digga! Verharung, Alter! Boah, Digga, Mann! Boah, Digga, Mann! Oh, Digga, Mann! Ich hab kein Leben, Mann! Ich hab kein Leben, Mann! Digga, ich hab kein Leben, Mann! Komm, komm, komm! Ich steh dich! Komm, komm, komm! Jungs, Jungs! Jungs! Okay! Passt nicht! Boah, Digga, Digga, Mann! E30, Alter! Boah, Mann! E30, Mann! Boah, Empa G2, Alter! Oh, Digga, Mann! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Komm, komm, komm! Oh, geil, Alter! Digga! 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 Unnötig, aber doch irgendwie interessant! Bis zum nächsten Mal! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Bis zum nächsten Mal.